Okay, also wir haben es mit einem Kobold zu tun. Wir sollten ihn mit Respekt behandeln. Seine Geschenke annehmen. Und ihm auch welche machen. Wir haben noch einiges anzuschauen, aber da kein Strom funktioniert, da müssen wir erstmal Strom herstellen. Ich muss jetzt ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Die Aufnahme läuft, die zweite. Okay, wir können es mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass irgendwas geht ohne Strom. Ich würde gerne wissen, was draufsteht. Was steht hier drauf? Und Spearcasting. Okay, ich glaube hier ist einiges schief gelaufen. Okay, das funktioniert noch nicht. Dafür müssen wir Strom herstellen. Ja, und das ist... Ich kann es... Ich zitter noch so von dem Schock vor. Ich kann es leider nicht lesen durch die HTC, es ist ein bisschen zu schwer. Funktioniert sowas ohne Strom? Ich meine, ich kenne mich jetzt sowas nicht aus. Aber müsste das nicht auch Strom haben? Da haben wir Licht. Wir haben kein Licht. Okay, dann muss ich jetzt wieder... Ich muss wieder diesen Raum verlassen, der mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Jetzt sage ich über die Hand. Sicherungskasten. Ist doch gut. Hier ist es. Jetzt könnte ich nur einen Sparefuse finden. Es fehlt hier. Wir brauchen eine neue Hand. Oder fehlt hier einer? oh come on, es ist einfach übel. Kreide, weiße Kreide. Oh, ich weiß nicht, ob ich das Ding aufheben sollte oder nicht. Ich möchte es aber irgendwie möchte ich es auch nicht aufheben. Hat der Kobold das Kind entführt und das hier hinterlassen? Ich kann es nicht aufheben, vielleicht ist es besser so. Ich kann hier nichts anfassen. Hm, den kenne ich auch im Fernsehen. Das ist ein Star. Was machen solche Bücher im Kinderzimmer? Okay, das sind jetzt nicht die Kinderbücher, die ich hatte als Kind. Okay, nehmen wir mal die Kreide zuerst. Da wissen wir doch, weiße Kreide und Runen, ne? Ich soll, weiß nicht, sollte ich was zeichnen. Okay, anscheinend kann ich wirklich... Das ist die Treppe auf. Die Tür ist aufgehoben. Ich hab's laufen gehört. Oh, Alter, dieses Spiel. Okay, also das Kind hatte Kontakt mit diesen Wesen. Das kann ich sehen. Das ist der Baum. Ist das Teufel oder... Das muss Teufel sein. Ist das der Baum? Ich weiß nicht, ob das den Atik unlockt. Abstairs. Oh, komm. Ähm... Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt nicht gerade mit Respekt behandelt oder ihn verärgert. Das kann ich nicht aufhören. Okay, aber ich kann wahrscheinlich einen Schlüssel, konnte ich jetzt mitnehmen. Oh, komm. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Er hat so schönen weißen Sand und ist den Kindern wohl bekannt. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Der Sandmann ist da. Da guckt er schön zum Fenster. Zu all den lieben Kindern. Das hat er. Nein. Alter. Ey, ich möchte jetzt nicht ans Fenster gehen. Ich, also... Was ist das Buch? Ferdinand allein zu Haus. Träumt von Monstern. Oh, welch graus! Mitten in der Nacht erwacht. Wieder um den Schlaf gebracht. Ferdinand auf Leisen suchen. In den Keller holen. Genackst und gnaht die Kellertür. Oh, wie bange wird es mir! Aber Mutter sagt ja immer, Monster, die gibt's nie und nimmer. Oh, Jemini, was war denn das? Ferdinands Gesicht ganz blass und vor lauter Schreck gebannt. Ist da ein Schatten an der Wand? Oh, Grusel, 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 Graus! Es gibt sie doch in diesem Haus! Ferdinand nun zu sich spricht. Angst, das kenn ich nicht. Bin doch bekannt im ganzen Land als unbesiegbar Ferdinand. Nein, ich lass mich nicht besiegen. Kein Monster soll mich jemals kriegen. Den Schatten habe ich verbannt. Bin ich doch furchtlos Ferdinand. Mama, Papa, wo seid ihr bloß? Das Ungetüm geht auf mich los. Es kommt mit seiner schwarzen Hand ganz nah an meinen Bettenrand. Was mach ich nun? Was soll ich tun? Wo ist da nun mein Siegesrum? Ob der nun kleine Kinder frisst? Versuche ich doch mit einer List. Ich biete meinen Honig an. Sieh an! Sieh an! Er mag, der kleine Mann. Er hat ihm ein Geschenk gelassen. Angst habe ich nicht. Ich habe es erkannt. Es gibt nur furchtlos Ferdinand. Okay, also das war jetzt das, was im Buch stand. Ich schaue nochmal, ob ich die Seite nochmal durchklettern kann. Ja, damit wir jetzt hier die Bilder nochmal sehen können. Das, was ihr gerade hier gehört habt, das war einfach der komplette Text aus dem Buch erzählt. Ja. Diesen Teil, da war es nicht dazu. Vielleicht habe ich auch die Kassette nicht dazu. Vielleicht habe ich auch die Kassette nicht dazu.